Ahoi und schön, dass ihr da seid, mit dabei seid und auch hier seid bei Overcooked mit uns. Und der Phil ist am Start und der Marvin und der Marek. Gucke. Hallo. Salat. Okay, ich koche. Oh, scheiße. Was, das geht schon los? Halt, Moment. Nee, ich hab Brate. Ich brate. Ich brauch Fleisch. Geschnitten in Fleisch. Geschnitten in Fleisch? Wo bin ich denn? Ich bin ja... Du bist tot. Marek, bei dir ist Reis. Marek, oben bist du bei dir. Ach, krass. Äh, geil. Danke. Ich brauch, äh, Fleisch. Und Hähnchen. Was muss ich ja machen? Scheiße. Und nochmal Fleisch. Danke. Danke, Marek, für die Teller. Bitte. Oh, danke fürs Hühnchen. Äh. Ich brauch ein Burrito. Könnt ihr mal bitte nicht an meinem Platz drauflaufen? Was? Burrito? Äh, was ist das hier? Ich weiß auch nicht. Ich hab hier zweimal Hähnchen noch drauf. Ich brauch Teller. Teller hat dich gerade alle rübergestellt. Danke. Äh, ich brauche Fleisch. Hier. Gib ich dir. Scheiße. Mist. Ey, wer hat mich runtergeschubst? Der Bartige Pirater. Der Bartige? Der Bartige. Der Gebärtigte. Marvin, stell dir jetzt oben hin, ja, was du brauchst. Mhm. Auch ein Huhn. Weil, ähm... Pfanne, Pfanne, Pfanne. Ich brauch Pfanne. Ah. Alter, ich brauch Pfanne. Sag doch, was du brauchst. Ich schmeiß die rüber. Auch Burritos. Ich will dich nicht verwirren. Brauchst du nicht. Das verwirrt mich eher, dass hier Leute rumlaufen. Dass ich meine Pfanne nicht bekomme. Ich brauch Burrito. Geh weg hier, geh weg. Aber... Burrito, Burrito, Burrito. Also, anstatt einfach Banke zu sagen. Gerne geschehen. Geh mal, was... Das nächste ist Fleisch. Fleisch, 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 hier. Fleisch hast du da oben. Alter, hier ist ja noch ein Burrito hier drauf. Junge, Junge, Junge. Ich hacke Fleisch. Den ganzen Tag. Boah, gerade noch so gerettet. Okay, gut. Ich hab hier noch Hähnchen. Und ich hab hier noch mal Fleischmasen. Ich kann nicht immer sagen, ich kann gerade gar nichts machen. Doch, reiß, reiß, der brennt gleich. War ich das oder bist du von alleine runtergefallen? Was ist das? Wahrscheinlich. Burrito, schnell, Burrito, Burrito. Oh, Gott. Die Hähnchengeule hat mich geschubst. Ich hab's genau gesehen. Oder bist du über dein Auge gestolpert? Über meine Wimpern. Raufgetreten. Wir haben es geschafft. Aber knapp, ne? Oh, Kevin 4. Oder auch nicht. Okay, Gott. Oh, 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 ho, ho, ho. Der dreht sich ja alles. Der dreht sich ja alles. Oh nein. Hamburger. Oh mein Gott. Hätte ich gern Hamburger jetzt. Ich schneide. Ja, wer nicht? Ich hab' rüber. Was mach' ich denn? Äh, ich fleisch. Kiesel, kann man geht schneiden? Yo. Also, ich kümmere mich darum, dass das Fleisch gebraten wird. Ja, gut. Ja, die... Ich brauch' Fleisch. 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 Marvin. Hier hast du Fleisch, ist einmal... Oh Gott, das dreht sich jetzt ja, fuck. Äh, geil, ähm... Gibt das denn da liegen? Achso, ich dachte, ich kann da durch. Naja. Hier, Fleisch anbraten, äh, Lexa. Das ist nur Burger, Fleisch anbraten. Ein, ein, ein Burger nur mit Fleisch. Könnte ich sagen. Und da sind noch Burgerbrötchen da oben. Abgeben, super, nice, nice, nice. Ja, komm, gib mir Käse, ich schneide den. Das kann gebraten werden. Ja, geil, jetzt bin ich alleine auf der Seite. Geil, 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 weiter. Das muss ich machen. Gib den Hinweis. Wo ist Teller? Ich bin da. Okay, hier, Fleisch und Käse, Marvin. Oben, Käse, oben. What the fuck? Nice. Fleisch, Fleisch, Fleisch rüber schmeißen. Ah, da oben. Äh, was geht ab? Da, was ist denn da? Da kann abgegeben werden. Fleisch und Käse. Ne, ja. Ich will wieder zurück auf meine Seite. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich alleine hier oben. Okay. Ist ein richtiger Flachs. Marvin, ich habe dir Fleisch hingelegt. Zumindest kann man von beiden Seiten Teller waschen. Ich brauche nochmal Fleisch dahinten, das ist eine Pfanne, die leer ist. Da kann man mal drauf knallen. Fleisch abgegeben. Teller weg. Okay, Fleisch und Käse. Und wieder auf der Seite alleine. Da kann man rüber. Sag mal, Phil, merkst du was? Ja. Mobbing. Hier, nimm es mal runter, Flexer. Danke, ja. Flexer? Wer ist denn diese Flexer? Flexer gesagt, nicht Flexer. Ja, ich schneide den mal. Ich kann schon wieder nicht mehr. Warum fängst du jetzt mit meinem Fleisch? Abgeben. Abgeben. So, warte, Phil muss wieder allein sein. Verdammt. Nein. Ich habe da ein Burger-Ready ist. Da. Guck mal. Wir kriegen jetzt alle Pfannen voll. In jeder Pfanne brutzelt hier das Fleisch, wenn mich das Hörnchen nicht wegdissen würde. Ja, ich brauche hier Fleisch zum Schneiden. Warte. Er fragt nicht. Das ist aus Versehen passiert. Nein, ich habe weggeschmissen. Ich kann nicht mehr. Entschuldigung, ich breche ab gerade. Oh. Tut mir leid. So, was müssen wir machen? Abgeben. Brötchen da. Okay. Abgeben. Mehr Fleisch. Schneiden. Jetzt ist es wieder auf der einen Seite. Okay. Dann nimmst du mal das, Marik. Ähm. Okay. Burger-Böcci. Käse. Unten, die Pfanne Okay, okay Kontinuos Geben, jo, danke Burger, waren sie drauf? Fleisch, Fleisch, Fleisch Oh Gott, alleine Fleisch Wo ist das Fleisch? Da, okay Das ist der Bus Ich schaffe eigentlich nicht Nee, nee, keine Ahnung Oh Gott Nee, nee, keine Ahnung Wie haben wir das geschafft? Du musstest so lachen irgendwie Ich habe effektiv gearbeitet Ja, das ist aber, weißt du, wir hatten einfach Spaß Ah, herrlich, herrlich Hey Marvin, ich glaube Da sind so ein paar Burger rausgegangen mit Barthaaren Auf dem Pet Die wurden so bestellt Von einem kleinen Typen da Mit der Space Pants Space Pants I say Space, you say Pants, Space Pants Okay Kennt ihr nicht? Nee Uiuiui Was hört sich lustig an? Meine tapferen Köche Ihr sagt wohl auf Kevin hatte nicht gedacht, dass ihr es schaffen würdet Danke, du Arsch Was? Aber wieso? Ich habe immer an euch geglaubt Ich glaube, ich habe morgen Und seht nur, wie viel ihr gelernt habt Muskelkater in jeden Fall Vom Lachen Aber es gibt noch viel zu tun Die Unbroten werden von Minute zu Minute hungriger Oh nein, die Unbroten Vielleicht lässt sich in den seltsamen Landen im Osten etwas finden, das ihren Appetit gerecht wird Allerdings gibt es mit dieses Land ein paar Gerüchte Viele Wüten und Legenden Russland? Traut ihr euch das zu? Ja, ihr tapferen Kopfschwenker Wer kriecht denn da eigentlich den Zwiebelkönig in den Bad? Bleibt auf jeden Fall zusammen Und denkt daran, dass die Zwiebelreiche nicht alles so ist, wie es scheint Oh ja Das hört sich ja irgendwie, äh, anu, anu, anu für so an Anonym an, äh, das hört sich anonym an Ich habe ein anonymes Feeling I say space pants, space pants, you say Pants Nein Intergalactic space pants Okay, wir haben ein abgefahrenes Schloss Jetzt haben wir doch Harry Potter Pizza Und Harry Potter will Pizza Guck mal, wie die alle lachen Ah, schneiden, schneiden, schneiden Okay, äh, Tomaten, Marvin Zweimal Tomaten schneiden Bam, 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 bam Käse Käse Tomaten müssen in den Ofen mit Teig Nicht abspritzen What the fuck Was, äh, ich bin überfordert Käse und, äh, Teig Nicht in die Spülmaschine Der Teig muss zu uns Der muss gehackt werden Ach, der muss gehackt werden Ach so Der ist Pizza-Brötchen Ach nee, was hat wir mal Alter, wer hackt den Pizza-Teig? Am Anfang Und warum Du Wer schmeißt einfach Pizza-Teig so rein Ich wollte so einen haben Und die Pizza, muss die auf Tellern in den Ofen Oder wie kommt die da rein? Die muss in den Ofen, ja Wer hat ne Pizza nur mit Komaden gemacht? Also das geht echt nicht, Alter Käse muss sein, also wirklich Ich jetzt So geht das nicht Und warum liegt der Pizzateig hier auf dem Boden? Der muss dann Okay, Pizza muss rein Tomate Wer, wer tut auf meinen Teller Warum? Nein, nicht mit ihr Hallo, hallo, wie? Ach ja, hallo Weg mit dir Okay, Tomate ist Käse noch Guck mal, der hackt einfach auf unseren Hier einfach auf unserer Station Geh mal einen Teller Geh mal einen Teller Geh mal einen Teller Wieso, ich schmeiß einen Hacken? Geh mal einen Teller Ihr habt einen Teller da Ich brauche einen Teller, sonst brennt die Pizza Ich verstehe die ganze Zeit Penner Und er will einen Teller haben Hey du Penner, Penner, Penner Penner, Penner Penner Ich brauche Teig, Teig, Teig Die andere Pizza brennt Da komme ich nicht dran Was, what the fuck Da kommt niemand dran Was, was passiert hier? Was ist los? Wer macht hier schon wieder Pizza nur mit Tomaten? Ich Koch Käse Ich mach Käse Ja, aber nicht da hinten Achso, das ist Maren gewesen Entschuldigung Ja, ich mach hier alles politisch korrekt Und auch Was? Hä? Warum ist jetzt das? Warum kann ich da nicht mehr hacken? Ja, weil es schwebt Achso Achso Können wir mal die Zaubertypis da oben Irgendwie mit einer Käserolle prügeln Dass die aufhören hier die Dinger schweben zu lassen Ja Ich brauche aber noch Tomate Ja Käse Wir brauchen nicht so viele Kacktomaten Ey, für jede Pizza Eine Tomate, Junge Kannst du dich lesen? Ja Aber Ich hab kein Käse Und fünf Tomaten da oben Und? Fällt dir was auf? Nein Wo ist denn hier die Wäsche? Unten Da, ach da Das sind drei Schneidebretter Auf einem könnte man Käse machen Auf einem könnte man Tomaten machen Auf dem anderen könnte man Teig machen Alles immer drei nacheinander Alles aufeinander Er ist schon so ein bisschen Ordnungsfetischist, oder? Ja, Effektion 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 Weil wir schieben jetzt Tomaten auf meinem Teller Danke Tut mir leid, aber das ist einfach nur Perfektion Sie ist kaputt Ich kann schon wieder nicht mehr, ey Das ist, äh Ach, das Spiel schafft mich, ist es so gut So Pizza Teig Äh, Teller Da oben müssen Teller gewaschen werden Ich brauch mehr Taigos Okay Jetzt verändert sich hier schon wieder alles Ins Mysteriöse Was ist denn da? Wegbringen, wegbringen Sicher hinstellen, wegbringen Okay Ich wollte das niemals haben Teig, Teig, einmal Teig hier unten zum Hacken, bitte Wie waren wir? 927 ist gar nicht Oh, wir haben es aber nicht geschafft Das ist schlecht Wir haben es nicht geschafft Also ein Brettchen für Alter, das war nur ein Gericht Ein Brettchen für Käse Es hat uns an Perfektion geführt Ja Wo war die Perfektion? Eine Mischung aus Perfektion und Effizienz Und die hatte ich hier nicht Alter Marvin, du bist so deutsch Je piccolini, ihr seid im falschen Restaurant Wir sind keine Piraten Wo bin ich da? Käse Pizza fertig Okay, kommt rein Tomate Äh Pizza fertig In der Ofe Ofe Tomate Das ist fertig? Okay Tomate Achso, okay Dann Super, noch eine Tomate Okay, okay, okay Einmal Teig und einmal Käse Teig, Teig, Teig ist hier Teig ist da Teig ist da Ofen aus der Pizza Ofen aus der Pizza Oh, die anderen auch Wir sind nicht auf Das ist auf eure Seite Oh, jetzt haben wir hier Einen richtig entspannten Job Käse, Käse, Käse Ups, Käse Püll Tomaten Okay, dann da oben Entschuldigung Da oben Achso Ihr müsst putzen Gesamt Marte Nochmal Käse Hier, Pizza in den Ofen Käse Alter, ich weiß nicht, aber das Hörnchen ist irgendwie einfach nur mega scheiße Hier ist die Pizza Hier ist die Pizza Fertig mit Käse 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 Die sind zwei fertig Wir brauchen Käse 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 Ja, super In den Ofen Noch einmal Käse hacken Weg da, Hörnchen Wir müssen immer auf einem Brett Teig, auf einem Tomaten, auf einem Käse haben Ja Pizza, kein Ofen Warum hat der den schon genommen? Die ist schon fertig Er ist trappt Äh Kiese Feuerlöcher Der steht da in der scheiß Ecke Gott, es brennt jetzt auch noch Ne Hallo Pizza fertig Pizza fertig Entschuldigung Okay Pizza fertig Pizza fertig Pizza fertig Für Geschirr Mua Fuck Entschuldigung Da oben, Käse Äh, nein Hier, Pizza fertig Oh Gott, jetzt läuft's Wir schaffen's Pizza im Ofen fertig Wir schaffen's Oh, jetzt läuft's richtig gut Hier, Tomate rauf, Tomate rauf Was? Was? Wenn... Ey, was passiert da? Keine Ahnung, ich spiel meistens noch mit der... Bei der STG und Leertast, dann schmeißt der das immer so schnell Wenn der Wolf Druck kriegt, dann pfeffert er alles in die Gegend Das ist ein Husky, kein Wolf Ein Wolf-Sky Ja, Carsten Achso, sorry Ananas Ananas-Pizza gewillt ihr nicht Ekelhaft, wer mag Ananas, ey Ja, echt, ne? Also... Find ich auch richtig gut Oh, hier, Hundi, Hundi Nächstes Mal, wenn wir Pizza bestellen, dann sag ich Bescheid, dass ich Ananas drauf will Aber wir bestellen nicht bei uns Doch, bitte, glaube den Aber das... Die Sache ist die Aber dann bestellst du und du gehst rüber Die Sache ist die, das haben sie sogar Ja, weil ein kleines Mädchen das möchte, das ist kein Geschmack Okay, äh... Mehl und Karotten und einmal Fisch so Okay Und einer sollte ein Feuerlösch aber haben, warum hab ich Fleisch in der Hand? Was? Was geht ab? Leute! Warum hab ich Fleisch in der Hand? Und warum... Und warum... ...brennt's hier? Karotte Karotte? Hallo, lauft doch nicht! Ich bin... Überfordert Ich versteh schon Ja, ja, weil ich brauch ne Station Dann mach du schneiden einfach Okay Nur Fisch ist drinnen? Äh, wo ist die Ausgabe? Nochmal? Ach scheiße, nochmal gar nicht mehr Ausgabe, 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 so Nice Okay, ich lauf mit dem Feuerlösch herum, ja? Oder so Äh... Fleisch... Fleisch und... Mehl Hä? Moment, ist das schon fertig? Nein, das muss doch... Okay Schrimpfe thoughts okay Also, einmal es schrimpsen, einmal... Leute ey, also hier braucht ihr echt irgendwie alle eure Gehirnzellen beieinander alle drei so sieht's aus ich schmeiße euch das essen zu ihr müsst nur sagen was ihr braucht bei welchem gericht sind wir also wir brauchen fleisch fleisch und dann noch mal schrimp den habe ich hier brauche ich nicht ich brauche mehr und feuerlische hier schnell das brennt an oben 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 was geht ab ich karotte werde ich das essen wo es fertig jetzt braucht ihr also karotte mehl ist gerade am durchgaren fleisch und dann fleisch gleich läuft durch du war noch mal vielleicht danach das schmeißt da wie schwer das kotlet an die bürde ich bin gefangen feuerlöscher wo ist der wo ist der feuerlöscher jetzt das essen wir fertig ok warum brennt das hier so viel weil wir diesen effektiven ofen in der mitte haben die feuerstelle das brennt aus dem müll das brennt aus dem müll ich glaube nicht dass was krass sieben punkten selbst in unserer größten verwirrung und panik sind wir total gut und zumindest nicht so kackt dass wir keine sterne kriegen wir kriegen sogar drei sterne ist das schön zu unrecht also wenn du meinst also ich nehme das so mit was ist das sieht irgendwie abenteuerlich aus wie der harry potter es ist schon wieder harry potter die wohl mit der bürger bürger ok ich würde gern braten kann man den schneiden schneiden da oben ja willst du schneiden oder braten da mach ich unten mit marvin ja mach ich da oben mit ok wir schnibbeln salat brauchen wir noch nicht da musst du ja aber auch auflegen da stimmt da musst du da durchgehen ach du kacke ok wir sind bei zwei fleisch und käse wir brauchen mehr fleisch hier ja wir brauchen das fleisch hier drüben ja viermal fleisch brauchen wir fleisch fleisch kann man hier rüberwerfen echt nicht wo muss man durchgeben krass aber du kannst es dann später hier rüber schmeißen also kannst du nur von oben nach unten schmeißen hm hui was brauchen wir ach und die treppe ändert sich auch noch ey da wirst du da wird doch der husky in der pfanne verrückt das ja 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 okay oh mit salat jetzt sogar schon äh burger buns was fehlt also was braucht ihr burger buns äh da 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 zweimal burger rüber geschmissen was braucht ihr noch gleich eigentlich noch ja im fleisch mit lechse scheiße locker bands brauner käse nimmt käse mit was braucht ihr käse 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 ist fertig hier ich lege überall käse rauf ne doch ja momentan ist alles eigentlich mit käse ich habe noch fleisch zwei fleisch das läuft doch ganz gut das läuft doch ganz gut zum glück haben wir keine veganer jetzt gerade dabei ja genau wäre erschrecklich wenn wir einen hier hätten dafür warst du jetzt warst du komplett vegan da ist ja gar nicht der dritten stufe es ist nichts als ein schatten wirft aber bürren wirfen auch schatten dann darf sie nicht essen ja hier easy peasy burger squeezy ich bin echt gespannt wie schwer das noch wird ehrlich pizza wo ist der teig da haben wir irgendeine ordnung ich brauchte tomate wo ist der ofen da oben da unten okay ist drinne unten links und unten rechts ist ein ofen ich habe die zweite bestellung da fehlt noch fleischwurst 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 der fleischwurst fehlt noch sehr gut mein essen ist fertig leise liegt am boden hier bitte einmal rüber geben danke den nehme ich super unten rechts ist auch ein ofen das vor info nächste bestellung ist tomate mit käse ja tomate mit käse genau okay jetzt könnt ihr mir alles rüber geben auch teller 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 hier und abgeben super gut brauche käse hier noch drauf zweimal kiese zweimal kiese nice noch mal käse hier hinten super geil nächste bestellung ist mit käse und wurst drauf und hier einmal abwaschen auch das muss ich auch machen wusste ich gar nicht ich komme jetzt rüber warum kann ich die wurst nicht achten pizza hier die die käse muss darunter mache ich die pizza einmal bitte danke nice und hier fertig diese und fleischwurst da sind wir gerade käse und wurst ist drauf und jetzt war noch tomaten drauf tomate 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 ja diese rechts neben dir machen rechts nehmen wir wieder ja nächste ist tomate mit käse auch hier noch mal tomate hier links vorsteht tomate ja super nice nächste ist wieder mit käse und wurst da ist eine fertig lecker hast du musst es leider machen lex abgeben 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 ganz rechts ja schweig guck war ein switch noch mal oder mariner geduch verdammt ist gut okay hier nächste ist wieder mit fleischwurst und käse also die nächsten zwei sind mit fleischwurst und käse ist im ofen also noch zwei mussten gut mache ich die wurst geht jetzt der film tomaten auf aber scheiße raus einfach besser als nichts es ist falsch nein nein jetzt ist vielleicht leide ich will das krieg ich hin weil das pizza macht es gut okay ich brauche noch zwei mal mit käse und wurst ich will nur wurst zweimal wurst drauf super nice wer glaubt mir hier die wurst vom bruch hier ist auch noch mal wurst eichhörnchen sind auch vegetarier okay rechts muss sich um die pizza kümmern bei welcher bestellung sind wir was ist gerade das aktuelle nur käse und tomate hier jetzt kommen drei mal käse mit tomate das weg ja das war schon richtig lecker ach so ach das mit den ofen ja mussten in den ofen gemust confused confused wer das wie schnell aber auch die zeit irgendwie rum geht das ist der wahnsinn der nächste stream ist eigentlich schon wieder vorbei eine geht noch eine machen wir noch also wenn keiner was dagegen hat kann ich auch einfach die gerichte ansagen ja kannst du machen gerne okay bürger einmal bürger mit fleisch und einmal bürger mit salat da kann man rüber schmeißen sehr gut tauschen oben muss man sozusagen so ein hier schmeiß hier rüber fleisch erstmal erstmal fleisch erst mal muss gebraten werden wir tun einfach die teller in die mitte dann kann man ja schnell mal draufhauen dürfte eigentlich ganz gut sein so okay vielleicht einmal rüber wie viel habt ihr dreimal okay erste bestellung ist nun mit fleisch einmal salat da auf den teller ist schon da genau dann ein bürger mit salat tomate und fleisch bräuchte einmal fleisch nur hier oben das wo ist die abgabe da oben in der mitte ja perfekt danke ach scheiß die wand an entschuldigung alter nächste bestellung ist auch wieder mit salat hier sind zu viele leute auf der seite ja okay ich gehe schon weg so was ist hier drauf ich nehme die teller dann ja da fehlt käse beim anderen ist okay der kann raus einer kann so raus salat salat der nächste ist bürger käse und fleisch der ist fertig dann schon hey wer schubst mich denn dort zurück ihr fehlt immer noch die erste bestellung salat fleisch käse käse hier rauf da auf den teller da und weg das bestellung ist mit salat fleisch und käse danke burger bahn geht das so auch okay nächste ist nur mit ähm patty und burger nice äh nächste ist mit käse und fleisch salat brauche ich ein käse wunderbar dankeschön es läuft war wenn einmal teller der nächste ist mit salat tomate und fleisch das bändchen das bändchen der nächste ist nur mit fleisch und käse aber das war gut das war gut oder war gut ja guck mal 880 von 540 ja sehr gut na gut dann haben wir eine schöne endrunde gehabt ja schön dass ihr mit dabei wart bei overcooked und ich hoffe euch gefällt der wahnsinn und wäre schön wenn ihr das nächste mal auch wieder dabei wärt und wenn ihr bürger und pizza mögt dann gebt doch ein und klugscheißer und gurke danke salat dann gebt doch ein abo oder ein like bis dahin tschüss gurke ciao tomate